Ihr befindet euch hier auf einem deutschen YouTube-Kanal und hier werden die Videos öfters mal gestoppt, um die deutschen YouTube-Richtlinien nicht zu verletzen. Wenn ihr das Musikvideo in voller Länge sehen möchtet, dann geht auf den YouTube-Kanal von den jeweiligen Künstlern. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Einen wunderschönen Juden Tag, meine lieben Friends. Wir haben hier etwas Musik aus Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich ein bisschen, was aus Kyrgyzstan, what the fuck Kyrgyzstan, ja, aus Kyrgyzstan zu hören. Ich habe schon Musik aus, aus Kasachstan gehört, aus, ähm, äh, Chichen Musik habe ich schon gehört. Was habe ich denn noch gehört? Ja, Russland, Polk, ich habe schon, glaube ich, fast alles gehört, ja. Fehlt nur noch ein bisschen Japan und Chinese. Und dann habe ich wirklich, glaube, ich glaube, dann habe ich die ganze Welt schon fast durch, ja. Äh, aber lasst uns das mal anhören. What the fuck ist das? Was ist das, Tron? Was ist das, Tron? Musi-Zang. Ich bin ein paar Mal, aber ich bin ein paar Mal. So bin ich früher auch mit den Jungs in die Diskothek gefahren. Das Auto ist gedacht für fünf Leute, sitzen aber drinnen sieben. Einer liegt noch hinten so. Ich würde das gerne verstehen. Ich habe leider den Text nicht, ich würde verstehen worum es geht. Also meine lieben ZBP, dank meiner Community werdet ihr jetzt gerade auch in Deutschland gehört. Es freut mich, dass ich eine riesengroße Community habe, eine internationale Community, die mir alle schicken. Und ich das einfach auch hier nach Deutschland bringen kann. Ich habe das Leben. Ich habe das Leben. Und ich mache das Leben. Ja, das ist Underground Cypher. Einfach Sachen geklaut, aufgehängt, fertig. Ich muss sagen, es klingt gut. Es klingt gut. Also es ist Musik aus einer ganz anderen Welt. Ja, also aus, ja, Kyrgyzstan. Noch nie gehört. Habe ich denn, habe ich denn Musik schon aus Kyrgyzstan gehört? Ich glaube, aus Kasachstan habe ich bis jetzt alles gehört. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe über 1000 Videos mittlerweile, weiß ich selber nicht mehr, woher ich was gehört habe. Ich habe ich nichts mehr, ich habe ich nicht mehr, woher ich nicht mehr, woher ich dich schaff bin. Äh, solche Kassetten gibt's bei uns schon lange nicht mehr. Ja. Boom! Ja, meine gergisischen Freunde, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Tschüss.